sein wir haben kaum eins umgekloppt bisher kann ich sagen dass sie alle weg sind es war die sträucher krabbeln war noch schön mit ab unterwegs ich laufe zeit vom aquedische weltgeschichte immer werden wir schon einen finden aber ja guck mal hoch ja gleich zwei ja kommt schon ja panzer vor allem organe ist ach die organe kam glaube ich nur von den feuer spuckern kann das sein hatte keiner überreste ich glaube das waren die feuerspeier doch die sind ja nervig um zu nieten ein bruchstück eine abgestützte sonde sonde sage ich hier ja weiß was ich meine ich glaube nur die lassen die fallen ja komm schon auf dich zu werden willst mit einer organe geben das weißt du alien organ okay muss man so die feuerspeier umkloppen was kann man hier noch alles mopsen 300 rad 27 platten und nehmen wir mit raum kapsel das habe ich gesucht ein motor wunderbar liegen auch noch mal 21 ja geil so abgestützter pot wo ist das hauptteil hier ja bin ich 40 kilowatt strom auch sonst gar nichts dann könnte man die festplatte schon raus mopsen das leuchtet auch wieder so rot hier also müssen wir ein paar feuerspeier noch umnieten vielleicht nur die stiefel haben mehr bilder gar nicht das ist mies ja panzer da war noch einer ich habe eben gesehen oder war er das eben ich glaube das war der ok da war noch ein keiler rum die lassen nur die panzer fallen komm mal ran dicker ab ist zu früh geschlagen naja passt aber noch ok ja ok also die organe kriegen wir nur für den feuerspeiern dann müssen wir jetzt noch vier finden wir sind leider nicht so breit wie man immer meint weil es einem ständig die hütte einen rennen aber nie so hier ist überall weil die giftwolken so einfach mal weggefestet ich renne schon wieder raus so aber die bären wollte ich noch haben wo sind wir denn hier ach ja da sind wir ok da ist ein feuerspucker einer zumindest ja panzer haben wir sechs nicht so weit runter sonst schroten uns gleich da ist eine kälbe schnecke hallo ich glaube das ist ein dicker das ist ein großer wir probieren es mal da schmeißt uns halt einfach mal direkt über die halbe karte wäre mit xenobecher jetzt natürlich leichter mit dem schwert aber wir gucken mal komm schon einfach weg zu rennen scheiß feuerspucker da ja ja kommen wir tanzen ein bisschen ach komm schon fall halt um wir sind sowas von tot da hat aber auch der zwiebel hier war auch ein paar koffer aus der bild sehr schlecht also lass mich in ruhe wer werden 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 da viele gelbe schnecke haben und ich will seine organe haben hallo die sau du sau komm schon ja das gibt es nicht lasst dich es hinüber ein organ ich wusste es dreig sagt keiner was manche alles macht für eine gelbe schnecke ja okay aber wir kriegen ihn platt tatsächlich galbe schnecke so mal eben kurz mikro runter getrennt hat uns war vorbei gerauscht da ist leiden stone zweimal einmal normal noch mal normal ok aber sonst gibt es jetzt nicht wirklich viel spannendes ne meine gelbe schnecke das schon gut das haben wir ein paar batterien aber reißt mich jetzt nicht wirklich vom hocker muss ich sagen tja jetzt aber noch so ein paar dödel hier finden von den spuckern da konnte ich kaputt machen ok bären das ist mal ziemlich dicht bewuchtet ach nein mist ja ganz vergessen die gibt es ja auch noch aber 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 die sind nervig aua sind die dritte da da kommen immer drei feuerfliegen raus aus so einer pflanze ouch noch eine oh das ist aber normaler das ist kein dicker ouch nervig ist er trotzdem keine frage aber mal kurz hier wieder tanken das ist natürlich jetzt gemein in diesem dicker wurde auch ja alles sie ist dieses rumgeopfen von der so das ist fies hier in der nacht das ist schon gemein das ist ja lustig und jetzt eigentlich neue langlaufen gucken ob sie noch irgendwas gibt ouch ok vielleicht nur gucken was hier lang geht ach du scheiße nein an der kante will ich nicht rumlaufen wenn mich so ein scheiß spucker hier runterschiebt haben wir es das ist doch wieder eine sphäre oder das sieht so aus ja messersphäre auch nein keine spinnen wobei warte mal die lassen die lassen auch organe fallen praktisch aber ich wollte ja eigentlich nicht wenn es meiner frau ist jetzt rumrennen nein 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 das ist naja kommt schon ouch ach scheiß feuerfliegend lassen aber auch nichts fallen lass das ist einfach nur nervtötend ja komm schon so ne die lassen nichts fallen die sind einfach nur nervig meistersphäre ja was bist du in dem panzer ok gut dann latschen wir mal wieder zurück ich nehme einfach aus prinzip noch mit ich habe schon 100 deiner art gegrillt ah so ok dann müssen wir so 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 müssen so zum glück ist der weltraum liegt ja gar nicht auffällig wenn wir jetzt wieder zurück so ja ich habe jetzt keine lust wir sind seitsegen da ist noch einer ja breit mir halt hinterher oder reint durch mich durch auch ok ouch ich glaube nach einer gewissen zeit verlieren sie einfach die agro range dann und brechen deswegen ab ich rede es mir zumindest mal ein ok dann haben wir die organe da kann ich sie schon mal reinschmeißen und kann das einfach nur durchlaufen lassen so da sind wir uns ok sind wir wohl einmal groß im kreis gelaufen ja sieht wohl so aus ok hier steht so ziemlich alles weil alles voll ist also irgendwie ich glaube die erzmeiner haben noch zu tun aber ja ne hier läuft auch noch aber so soll es ja sein die leger sollen ja gefüllt sein so naja die laufen noch ok gut dann schieben wir die organe schon mal rein ok dann machen wir mal ein so ich mache auch schon eine pause die folgen müssen auch noch raus vielen dank fürs zuschauen bis hierhin und wir sehen uns in der nächsten runde satisfaktion wieder ja ja danke ja 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 ja